Was habt ihr anzubieten? Benutzen in Torgas. Besteht eine Chance, dass Mitgliederhändler euch ungewöhnliche Optionen anbieten. Leute, es gibt wohl glaube ich ein Zweihandschwert mit einem Item Level von 180. Episch, was man sich in Maldraxxus einfach so holen kann. Also alle Redris und Unholy Dickars bitte mir... Ich hab gerade einen Mount gedroppt wieder. Warte, Marlene, wiederholst du noch mal was, was du gesagt hast? EZ, Martin. Ein Zweihandschwert mit Item Level 180.